Ich bin erstmal unheimlich glücklich darüber, dass sich die Mehrheit der Triererinnen und Trierer für mich entschieden hat. Das ist ein unglaublich gutes Zeichen. Ich werde jetzt die nächsten zwei Wochen damit verbringen, noch mehr Kontakte herzustellen, noch mehr mit den Menschen zu sprechen. Sie auch nochmal zu motivieren, dass sie zur Wahl gehen. Das ist der einzige Wermutstropfen in allem, in dem ganzen Ergebnis, dass einfach viel zu wenige ihr Wahlrecht genutzt haben. Ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir das jetzt bei der Stichwahl am Ende nochmal aufholen können. Es steht Trierer einfach gut, wenn wir da auch mit einer ordentlichen Wahlbeteiligung zugange sind.